Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Seven Days to Dice. Ja, nach der neuen Ausbildung bin ich teilweise gar nicht dazu gekommen, aufzunehmen. Hängt aber einfach damit zusammen, dass wenn ich dann heimkomme, ich irgendwie nicht spiele, sondern ich mehr in irgendwelchen Dingen rumlöse oder tue. Naja, mal schauen. Jetzt muss ich mich erst einmal wieder an die Schule füllen, oder? Naja, Schule. Studiumschule. So, wie schaut's da unten aus? Glitze dürften fertig sein. Ah, ich nehme das mal mit. Ah, ich nehme das mal mit. ok hätten wir eine ernte von 77 spielten ok das ist alles so gut dann geben wir das mal doch ein weißt du was warte mal haben wir noch 6 21 ok 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 dann machen wir das mal so und lassen wir den kapitel da wobei jetzt hätten wir ja den Rest einschmeißen können merkt man ich komm so stoffmäßig hätten wir noch etwas pferdkitz haben wir auch noch schießpulver hätten wir auch das gehört eigentlich darüber was könnte ich denn damit schon alles machen ok der feuerpeile mag ich nicht so schon eh aber ich glaube da habe ich mir eh schon welche hergestellt kann ich noch nicht das ist doof doch ja 75 sprengteile haben wir kann ich eigentlich schon stahl herstellen dann woher wir haben wir hier haben wir Eisen die Steine sind aber auch keine mehr drinnen hier ist gerade nichts drinnen weil im Holz was gegangen ist ok Zement Schussspitzen und das war es erstmal raus raus Okay, das ist durch Auch da Wie schaut es hier aus? Die sind leer Okay, da war was drin War der einzige? Ne, da ist auch was drin Na gut Alle anderen sind gerade noch leer Ist auch okay Ne, das ist für einen Smoothie Fleisch bräuchte man schon nicht zum Curry Geld haben wir ein bisschen was Lernelixier haben wir Das haben wir Was haben wir? So Die anderen wären jetzt auch nicht so schlecht So, haben wir doch mal ein Magazin. Hammer, Hammer, Hammer. So, und was haben wir? Ein Quest. Ja, ein Quest. Da hinten haben wir unser Loch. Ich würde sagen, wir gehen auch mal dorthin. Haben wir vielleicht noch Erdkuchen oder sowas vorbereitet? Ja, haben wir. Und Kaffee könnten uns dafür jetzt auch mitnehmen. Motorradwind ist cool. Ich habe natürlich die Nagelpistole jetzt vergessen. Ja, egal. Machen wir mal den Schumpf. Können wir es halt jetzt vielleicht nicht abdecken. Okay. Sollte? Ach, Sand. Da ist Erde, da ist Sand. Ich glaube den Sand haben wir jetzt erstmal raus. Können wir mal eine Reihe abbauen. Zieh das? Ja, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich liebe die Scheine. Ich bin noch ganz schön. Ich bin noch von der Erde. Ich bin noch von der Erde. Ich bin noch von seiner Herst. Oh Oh Ein Punkt, sehr gut Irgendwo, glaube ich, wollte ich den reinsetzen Wollen wir dann gleich schauen Ich werde jetzt übrigens versuchen, alles am Wochenende aufzunehmen Ich hoffe es klappt, weil ich habe gesehen, wie viel in der letzten Woche dazwischen gekommen ist Also mal schauen Am 16. haben wir dann auch wieder ein Event, bei dem ich mitmache Das ist ein Event von Dr. Moon Es gibt auch ganz viel 7D am Samstag an Oh 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 Essen Essen Anteil hört hier schon wieder auf Okay Ist ja eigentlich auch eine Nitratmine, Leute, ja? Ich wollte es nochmal dazu sagen Oh 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 Das war's. So, dann könnten wir noch ein Kaffee trinken. 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 So, dann gehen wir noch ein Kaffee trinken. Nein, das ist überall noch Sand. Und da war er da. 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 Mehr habe ich jetzt gerade nicht. Und da war er da. 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 Okay. Und da war er da. 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 Also ich höre es, aber ich weiß nicht, wo der klopft. Oh! 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 Okay. Ich bin hier schon früh, bevor ich angefangen habe. So, da haben wir alles. Gut, dann gehen wir mal raus. Da hat doch mal was rein. Die sind relativ unwahrscheinlich, dass wir nochmal kriegen. Ja, den Rest kannst du eigentlich mitnehmen, weil ich hoffe, da kriegen wir eh mehr. Okay, der will nicht zu mir. Der will auch nicht zu mir. Jetzt will er gar nichts mehr. Okay, jetzt ist er weg. Mit einem Pfeil. Danke. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Ich sage mal Tschüss, Ciao. Ja. Vielen Dank.